servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir sind wieder am start mit weekly reset dem format wo wir uns anschauen was ihr in dieser woche so alles tun und lassen könnt was ihr erledigen solltet und so weiter und so fort ihr kennt das spiel wir fangen an ich hoffe ich habe nichts vergessen auf meiner liste und wir arbeiten uns mit den sachen stückchen für stückchen durch wir fangen erstmal an in waldracken denn da gibt es auch wieder genug zu tun seht es ploppen einige quests auf die ihr erledigen können zum einen natürlich wieder hilft dem abkommen ruf der inseln wo ihr halt einfach ruf sammeln müsst und es ist das war am anfang nicht noch eine zweite bedingung immer hinzugefügt worden diesmal schließt fünf weltquests auf den drachen inseln ab vergangene woche war es die belagerung der drachenflugfestung zu machen ja das hat sich jetzt halt ein bisschen geändert aber persönlich da ihr hier nicht auf irgendeinen dämlichen spawn timer warten müsst finde ich das angenehmer dann haben wir natürlich die volt die ihr öffnen könnt ich habe meine schon aufgemacht ich war sehr zufrieden gerne rein gucken video kommt in vier stunden übrigens noch ein kleiner hinweis wenn ihr dieses video seht macht sehr gerne beim g6 weihnachts gewinnspiel mit ich verlose eine epic edition von world of warcraft dragonflight und einen 75 euro gutschein von holy oder für den holy shop link zu den gewinnspielen in der video beschreibung auf instagram und wir machen auch ohne umschweife weiter hier links habt ihr so diese liste die wieg aura habe ich ja schon mal auf meinem zweitkanal vorgestellt die euch sagt was man generell so die woche machen kann und sollte das hängt jetzt ein bisschen davon ab welches item level ihr habt ich habe jetzt schon 300 paar 90 ohne m plus gemacht zu haben und so weiter das heißt die meisten dieser belohnung werden schon langsam irrelevant für mich bin ich ganz ehrlich aber wir haben einmal den weltboss kommen wir gleich noch zu die beiden element prüfung also trial of the elements und trial of the floods wir haben die wöchentliche jagd der zentauren wir haben belagerung der drachenflug festung wir haben das große feast und wir haben natürlich die weekly quest die ich eben gerade angenommen habe dazu ebenfalls nicht ganz unwichtig sind diese quests hier unten in sachen beruf also show your metal solltet ihr abschließen für eifer des handwerkers dann gibt es natürlich auch wieder berufsspezifische quests also sammelt 20 hochblumen dafür kriegt man dann kräuterkunde wissen und so weiter und so fort in dem fall der vorteil bei den sachen ist halt dass man sie schon quasi vorab abschließen kann mehr oder weniger also auf jeden fall wenn es so sachen geht wie sammelt dieses und jenes wenn ihr das auf der tasche schon habt komplett wurscht dann ist die quest als abgeschlossen und das ist immer sehr sehr einfach zu meistern zumal ihr dafür dann halt auch hier ruf beim handwerker konsortium bekommt also das lohnt sich definitiv prüfungswoche was haben wir hier stellt fünf alchemistische lösungen des drachen für konflago her muss ich jetzt tatsächlich selber mal gucken ich habe keine ahnung was das ist alchemistische lösungen des drachen was will die von mir egal da können wir uns auch noch später drum kümmern das ist jetzt nicht so wichtig aber ich empfehle euch macht auf jeden fall die quests hier unten wenn ihr den beruf nicht komplett links liegen lasst es lohnt sich auf jeden fall ihr kriegt ruf und eben diese spezialisierungspunkte das ist schon ganz nett dann haben wir hier einmal in der pvp halle gibt es einmal die pvp weeklies also die ist diesmal arena geplänke plus in arenen beweisen verdient ehre in arenen wenn ihr pvp macht denke ich lohnt sich das auf jeden fall hier drüben gibt es wieder diese funken des lebens quests für trophäen der zwietracht ehre eroberung ruf und vorräte müsst ihr halt mit aktiviertem war mode abschließen sonst gibt das nix und dann flattern wir noch mal nach hier oben denn hier habt ihr auch einmal in diesem gebäude hier auf der karte 35 28 zwei dungeon quests angriff der nokut gibt euch halt ruf und rubin lebensbecken die dinger sind halt ganz nett wie gesagt um ruf zu sammeln dementsprechend kann ich durchaus empfehlen das mal einfach mitzunehmen und hier drüben also im häuschen quasi schräg gegenüber sind die quests für die ja elementar angriffe hier könnt ihr euch dann so ein siegel abholen ist relativ einfach ihr müsst nur 75 elementar überfluss sammeln das ist die normale währung dieser angriffe möchte ich jetzt mal nennen das geht ehrlich gesagt ziemlich 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 schnell so dann habt ihr hier in waldracken so ziemlich alles abgefrühstückt dann habe ich ja schon gesagt wir haben einen neuen world boss und der befindet sich hier unten strun strun ran nennt ihn wie ihr wollt ich habe noch keine korrekte aussprache dazu gefunden aber das ist der world boss dieser woche gibt euch auf jeden fall gold wenn ihr die geschichte abschließt und ergibt natürlich auch loot auf item level 395 gucken uns das ganze noch mal an stoff handgelenke die beschreibung hier ist übrigens immer noch falsch kette gürtel leder beine wir haben platte boots und ein trinket mit einem ganz netten effekt würde ich sagen also das zum beispiel würde ich sehr gerne nehmen gönn blizzard gibt mir das trinket und nicht die hosen oder wahrscheinlich wie es eher läuft gar nichts dann neben den geschichten was ich auf jeden fall noch empfehlen würde hier einmal bei der obsidian zitadelle so ziemlich alles ab zu frühstücken also die quest die ihr da bekommt die weeklys für entweder furorion oder sabelian es lohnt sich schon die quests geben halt immer sehr sehr viel ruf und ich habe bei furorion noch nichts wirklich gefarmt nur immer einmal pro woche die quests abgeschlossen und bin jetzt halt bei vier von sechs bei ihm also das ist schon ganz in ordnung wenn man schon keinen bock hat diese schlüssel und so weiter zu farmen dann macht es auf jeden fall zumindest sind diese weekly quests und so weiter dort abzuschließen ansonsten haben wir noch natürlich wieder mythisch plus diese woche tyrannisch platzend schrecklich und donnernd eine sagen wir mal sehr interessante woche also heiler möchte ich diese woche nicht sein da werden bestimmt einige platzend orbs durchgehen schrecklich könnte auch eklig werden und ich bin mal gespannt auf das tyrannical tuning in gewissen dungeons also ich glaube tempel der jade schlange der endboss wird eklig der bäumchen boss je nachdem mit welchem affix die kleinen bäume skalieren könnte eklig werden also es sind ein paar sachen dabei die machen glaube ich nicht so super viel spaß dann haben wir cool ist der lfr kaputt oder der dungeon browser dingens herrlich es wäre auch schlecht oder es wäre auch verwundernswert wenn einmal neue sachen reinkommen die dann auch tatsächlich alle funktionieren das wäre komplett bescheuert also dementsprechend ihr könnt theoretisch wenn man sich anmelden kann den ersten lfr wing in dieser woche gehen also bei mir ging jetzt zum zeitpunkt der aufnahme ich habe jetzt machen wir noch mal ein reload aber das scheint alles hier im arsch zu sein gerade also da geht nichts aber nichtsdestotrotz ihr könnt die ersten drei bosse machen primal bulwark heißt der wing und die bosse die ihr dort antrefft sind eranok ziemlich einfach der primalisten rat plus datea die aufgestiegene das ist insofern interessant da bei datea ein t set droppt für die hände auf item level 359 braucht ihr um reinzukommen und die sachen wie ihr hier seht datea ist 382 also für mich zum beispiel lohnt es sich auf jeden fall den lfr wing wenn ich mich denn anmelden könnte noch zu gehen da ich darüber meinen zweier bonus bekommen könnte und ich habe noch 372 handschuhe also es wäre nicht nur t set sondern auch ein level upgrade und das aus dem lfr ziemlich ziemlich krass also das ist ebenfalls noch zur verfügung und dann werfen wir zu guter letzt noch einen blick in den kalender wir haben so wie es aussieht kein bonus ereignis am start also hier bonus ereignis welt quest beginnt welt quest endet es beginnt kein neues und erst nächste woche beginnt dungeons von dragon flight da köst das könnt ihr euch schon mal im kalender vormerken dass es wieder das mit vier mythisch dann sind dungeons abschließen und ihr kriegt 400 oder bekriegt ein item auf hc item level raus und das ist insofern interessant aber da greife ich jetzt vor da zum beispiel hier bei diona da droppen 418 ring das kann dann auch drin sein also das würde ich euch kommende woche nicht diese woche auf jeden fall empfehlen und sonst ich mache jetzt wieder das was ich sonst auch immer geguckt habe also alpaca molly ist diese woche nicht zur verfügung und wenn wir jetzt noch einmal in das legion dalaran reintauchen da ist dalaran die das ist die archäologie weekly quest wer das nicht kennt ihr müsst nur archäologie gelernt haben und dann kriegt ihr hier in dalaran immer eine quest die für zwei wochen aktiv ist und da gibt es dann teilweise relativ nette items es kann zum beispiel einen spektralen elch als mount geben die weekly quest aber in dieser woche gibt euch nur einen hals mit drei sockelplätzen das ist vielleicht insofern interessant falls ihr gear für timewalking oder so sucht dann okay aber ansonsten lohnt sich meiner meinung nach eher nicht das ding damit sind wir also durch vielen dank fürs zusehen es ist wieder einiges zu tun ich hoffe ich habe nichts vergessen ich glaube es nicht aber ansonsten schreibt es noch gerne in die kommentare ganz viel erfolg wie gesagt macht beim g6 gewinnspiel mit und damit bis zum nächsten video reingehauen reingehauen